Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Für das Fest-Dessert präsentieren wir Ihnen heute etwas ganz Exotisches. Bei Coop gibt es jetzt preisgünstige Ananas, frisch aus Afrika. Da möchte ich gerade in die Ferien. Und ich möchte Ihnen jetzt zeigen, wie man so einen Ananas richtig aufschneidet. Zuerst kommt die Blattkrone weg. Dann der Steilansatz. Dann schneidet man sie in der Länge noch auf. Gleich nochmals. Und jetzt wird der harte Strunk noch weggeschnitten. Dann trennt man das Fruchtfleisch der Schale. Und macht kleine Schnitze. So kann man es dann brauchen für ein besonderes Dessert. Oder gerade zum Essen. Wir möchten Ihnen jetzt noch ein paar Vorschläge machen für unkomplizierte Festmenü. Probieren Sie die feinen Quick-Fleisch-Spezialitäten. Sie sind fix fertig im eigenen Saft gekocht und darunter schnell angerichtet. Legen Sie die Quick-Spezialitäten in die Packung noch für 5 Viertelstunde ins heisse Wasser. Die Quick-Fleisch-Spezialitäten gibt es in einer grossen Auswahl. Nämlich geräucherten Schweinshals, Nussschinken oder geräucherte Rindszungen. Besonders beliebt sind die geräucherten Rollschinken oder Quick-Schäufchen. Besonders günstige Preise wie alle Quick-Spezialitäten. Aber jetzt Achtung, ich habe hier noch einen guten Geschenktipp. Die Coop-Geschenkgutsche im Wert von 10 Franken, 20, 50 und 100 Franken. Die Geschenkgutsche können Sie in allen Coop-Verkaufstellen einlösen. Die Coop-Geschenkgutsche sind wirklich etwas sehr Sinnvolles. Denn in der grossen, riesigen Auswahl von Coop, dort findet sich jeder etwas, das er sich schon lange gewünscht hat. So? Das wäre es gewesen. Auf Wiedersehen miteinander, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bis am nächsten Mittwoch. Um die gleiche Zeit. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop zwei Dosen Midi-Gastronom Gemüseplatten statt für 5 Franken 10 nur für 30. Zwei Flaschen Abwaschmittel Fox mit Dermaffin statt 2,80 Franken nur 2,30 Franken. Ein Viertelliter operisierter Vollrahm statt 2,65 Franken nur 2,25 Franken. Und ein halber Liter statt 5 Franken nur 4,40 Franken. Eine Dosen-Canaloni Midi-Gastronom statt 2,60 Franken nur 2,10 Franken. 400 Gramm tiefgekühlte Pommes frites, fix fertig, statt 2,25 Franken nur 1,75 Franken. Und noch morgen, über Monat am Samstag, gibt es bei Coop ein Kilo Meteorreis statt 1,95 Franken nur 1,60 Franken. Und alle Aktionen gibt es seit morgen in allen Coopläden. Untertitelung des ZDF, 2020